Vielen Dank. Hinweis für Leute, die mit dem Stehen Probleme haben. Wir haben jetzt noch einen Redner und dann kommen wir zum Ende. Ja, Wahlrecht, Bundestag oder Landtag, jetzt hat man beschlossen, dass das Wahlrecht für den Landtag auf 16 runtergeht. Das ist unfassbar. Der Bundestag ist doch schon voll von Menschen, die weder einen Abschuss haben, noch in der Praxis jemals gearbeitet haben. Und die wollen über uns richten. Nein, und deswegen sind wir jede Woche auf der Straße und wir fordern die Auflösung dieses Bundestages. Nur durch so einen unwissenden Bundestag kommen wir in eine Situation, die hier in Europa wieder Krieg bedeutet. Und dagegen sind wir. Nein, wir wollen Frieden. So, ich bin der Anmelder für die Montagsdemo in Greifswald und jetzt kommt der Anmelder für die Montagsdemo auf Rügen. Der Norbert Turk und hat ein paar Worte zu uns. Für uns. Jawohl. Der Norbert Turk und hat ein paar Worte zu uns.